Muss man Firmen bei Rüstungsverkäufen mit Steuergeldern finanziell unterstützen, wenn die dreistellige Millionengewinne machen? Nein, würden Sie jetzt wahrscheinlich spontan sagen. Und genau davor hat die Bundesregierung anscheinend Angst. Denn sie macht es mit Millionenbeträgen. Weil das bei der Bevölkerung nicht so gut ankommt, versteckt sie solche Summen offenbar lieber in verschiedenen Haushaltsposten. Unsere Autoren sind dem auf die Schliche gekommen. 18. Februar 2010. Vom Luftwaffenstützpunkt Lage bei Rostock brechen Eurofighter der Bundeswehr zu einer merkwürdigen Mission auf. Ohne Bundestagsmandat, aber mit gewaltigem Aufwand. Insgesamt sechs Eurofighter machen sich auf den Weg. Je zwei Flugzeuge bleiben als Reserve auf Kreta und der arabischen Halbinsel zurück. Zwei Eurofighter fliegen weiter in ihr Einsatzland, nach Indien. Mit dem Einsatz gleich drei Transportflugzeuge. Für Luftbetankungen, Materialtransport und um 80 Soldaten nach Indien zu bringen. Ein gewaltiger Aufwand. Aber nicht für einen Militäreinsatz, sondern für Verkaufswerbung. Der Eurofighter-Hersteller EADS Kassidien hatte darum gebeten. Worum es ging, zeigt ein internes Bundeswehrpapier, das Monitor vorliegt. Zweck der Indien-Mission waren Flug- und Bodenevaluationen durch die indische Luftwaffe. Eine Unterstützungsleistung für EADS im Rahmen einer Exportkampagne für den Eurofighter. Quasi eine Verkaufsveranstaltung, finanziert mit Steuergeldern. Die Kosten für den Einsatz werden in dem internen Bundeswehrpapier mit 13,5 Millionen Euro beziffert. Ohne Personalkosten. Und wie viel davon trägt die Industrie? Vom Verteidigungsministerium dazu kein Interview. Man trickst und verschleiert. Man habe auf die Kostenerstattung teilweise verzichtet, heißt es schriftlich. Aus dringendem Bundesinteresse. Nur mit Hilfe unseres Bundeswehrpapiers lässt sich errechnen, dass EADS allein für diese Mission mindestens 12 Millionen Euro geschenkt wurden. Es ist nicht Aufgabe der Bundeswehr, die Geschäfte der deutschen Rüstungsindustrie zu unterstützen und mitzutragen. Dafür wird sie nicht bezahlt. Das steht auch weder im Grundgesetz noch sonst wo. Rüstungsexporthilfen auf Kosten der Steuerzahler? Seit Jahren wirkt die Bundesregierung massiv für den Eurofighter. Zuletzt die Bundeskanzlerin im Mai dieses Jahres in Indien. Das ist kein Geheimnis, dass wir auch zum Beispiel im Bereich des Eurofighter gute Angebote gemacht haben. Also Deutschland ist sehr daran interessiert, die Verhandlungen und die Beziehungen zu Indien auszuweigern. Auch der ehemalige Verteidigungsminister hat in Indien für den Eurofighter geworben. Verkauft wird das als Einsatz für den Erhalt rüstungstechnischer Kompetenzen. Im Oktober war der Außenminister in Indien immerhin ein Spannungsgebiet. Ein Monat früher der Wirtschaftsminister. Und immer dabei der Chef des Eurofighter-Herstellers EADS Kassidien, Stefan Zoller oder ein Vertreter. Der deutsche Botschafter Bernd Mützelburg warb in Indien gleich mit entsprechender Kopfbedeckung. Wir wollen die vier Eurofighter-Staaten durch einen fünften erweitern, nämlich Indien. Das war 2009 bei der Luftfahrtmesse Aero India. Damals hatte die Bundeswehr für EADS gleich drei Eurofighter nach Indien geflogen, damit der Rüstungskonzern sie hier vorführen und bewerben konnte. Die Kosten für den Steuerzahler damals mehr als 8,5 Millionen Euro. Kein Einzelfall. In dem internen Papier sind weitere Unterstützungsleistungen für den Eurofighter-Export aufgelistet. Darunter mehrere Teilnahmen an Messen und Luftfahrtausstellungen, Begleitungen bei Waffensystempräsentationen und Einsätze zur Ausbildungsunterstützung. Zumindest die Arbeitskosten trägt dabei praktisch immer die Bundeswehr. Und um all die Hilfen für den Rüstungskonzern EADS zu koordinieren, wurde im Ministerium eigens ein Stab eingerichtet, die Arbeitsgruppe Eurofighter-Export. Beamte und Stabsoffiziere der Besoldungsgruppen A14 und A15 kosten für den Steuerzahler inklusive Dienstreisen bis zu 400.000 Euro jährlich. Doch nicht nur EADS wurde in den letzten Jahren von der Bundeswehr unterstützt. Hilfen gab es auch für andere Hersteller. Beim Export von U-Booten, Korvetten, Drohnen und anderen Rüstungsgütern. Millionen Hilfen für die Rüstungsindustrie. Der Haushalt des Verteidigungsministeriums wird von den Abgeordneten bewilligt. Aber die Exporthilfen sind dort gar nicht ausgewiesen. Wenn Subventionen nicht ausgewiesen werden, dann werden zum einen die Abgeordneten getäuscht, aber auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden getäuscht und ihnen wird nicht gesagt, wofür ihr Geld verwendet wird. Wenn dann weder der Verkäufer noch der Käufer vollständig diese Kosten übernimmt, sondern der Bundeshaushalt und damit der deutsche Steuerzahler, dann legt das den Verdacht nahe, dass hier Haushaltsgelder sachfremd verwendet werden. Man kann auch sagen, missbraucht werden. Und dass damit auch das Geld des Steuerzahlers an dieser Stelle verschwendet wird. Täuschung? Sachfremde Verwendung von Steuergeldern? Das wäre rechtswidrig. Der Staatsrechtler Prof. Werner Heun prüft noch einmal unsere Unterlagen und vergleicht sie mit dem Verteidigungsausschuss. Der Bundeshaushaltsplan sieht einen Titel vor für die Förderung rüstungstechnischer und militärpolitischer Zusammenarbeit. Dieser Titel enthält aber nur eine bestimmte Summe von Ausgaben, die bei weitem überschritten worden sind. Und das bedeutet, dass die Mittel aus anderen Titeln entnommen werden mussten. Die Überschreitung ist so bedeutend, dass hier schon von einem gravierenden Verstoß zu sprechen ist, der in den Bereich der Verfassungswidrigkeit hineinführt. Eurofighter-Hersteller EADS Chesedian machte 2010 übrigens einen Gewinn von 450 Millionen Dollar. Der Steuerzahler hat kräftig mitgeholfen. Sie haben es gehört. Ein Jahresgewinn von 450 Millionen Dollar durch den Verkauf von Eurofightern. Ja, da musste dringend eine Finanzhilfe vom Steuerzahler her.